Wenn wir den Januar fast kaufen, damit kannst du alle Sehenswürdigkeiten angucken. Aber wollen wir ja gar nicht. Braucht man ja nicht. Wir haben ja die meisten umsonst. Wir wollen ja nur Einzelne reden. San Gimignano ist eine italienische Kleinstadt in der Toskana mit einem mittelalterlichen Stadtkern. San Gimignano wird auch mittelalterliches Manhattan oder die Stadt der Türme genannt. Die Stadt liegt in der Provinz Siena und hat 7487 Einwohner. Zumindest hatte sie das Ende 2022. Sie gehört neben Florenz, Siena und Pisa zu den von den Touristen meistbesuchten Zielen in der Toskana. Ja, ist das ein Lappadoodle? Ja, das ist ein Lappadoodle. Oh, okay. Ein Mann. Ein Mann. Ja, wir haben ja einen großen Mann. Wie das hat das so gut. Nicht besteigen, nicht besteigen. Du bist ein Bruder. Ja. Ja, sie sind. 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 Nein, aber, hey! Ja, mega große Pizza war jetzt kurz. Nein, nicht essen. So filmen, ja. Hier kannst du kleinen Kekse sehen. Ja. Ach so. Ja, diese Plätzchen. Was sind die Tüten? Ja, und hier in den Schaufenstern. Ja. Hier ist ein Restaurant. Hier eine ganz alte, schmucklose, kleine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Nicht groß. Einfach klein und schmucklos. Und ja, wenn ihr da durchgeht, kommt ihr in ein Restaurant. Oh ja. Oh ja. Wollen wir da hin? Ach, Espresso-Maschinen. Da. So eine Cocker. Ja. Nein. Er ist hier. Oh, es ist weniger? Ja. Es ist ein bisschen kleiner. Ja, das ist das, was sie kennen. Ich glaube, die denken alle, es sind alles Quayhounds, die so aussehen. Die Quayhounds? Ja. 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 Dass die Quayhounds. T church. Ja. Ja, von den Klan fucken? Ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was? Oh, okay. Das ist dann doch ein bisschen viel. Ja, kann man zurückgehen. Wenn du hier runtergehst? Hier. 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 Okay. Okay. Ja. Was? Ja. 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 Jetzt是我 Mirror. Ja. Es ist abmachend. Nicht vertreten. Nein, nicht einfach süchtig sein. Und hier haben wir noch eine weitere Kirche. Giozza San Agustino. Auf dem Piazza San Agustino. Du kannst ruhig reinreden, wenn du möchtest. Ja, doch.